Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Das hier wird ein Video, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Ich würde dich bitten, das bis zum Ende anzuschauen, auch im besten Fall. Ich möchte heute über das Thema sprechen, Trading, generell Trading-Szene, wie die öffentliche Darstellung ist, wie die öffentliche Wahrnehmung ist und meine Empfehlungen oder vielleicht auch meine Hinweise an dich. Okay, also wieso mache ich dieses Video überhaupt? In letzter Zeit hat sich extrem geholft, dass ich Anfragen bekommen habe, zum einen zu unseren Systemen oder generell einfach nach meiner Meinung gefragt wurde, wie ich teilweise Systeme sehe, unsere Systeme sehe, die Trading-Szene sehe, einzelne Trading-Szene sehe und da halt gefragt wurde, was ich davon halte. Und vor allem geht es halt auch immer in die Richtung, dass Leute mich fragen, mit welchem System kann ich jetzt zuverlässig Geld verdienen, welches System beschert mir zuverlässig Gewinne oder es geht dann in die Richtung, dass gefragt wird, welche Trading-Ausbildung ist gut, was hältst du davon und Leute kommen einfach zu mir und sagen zum Beispiel auch, dass sie Trading-Ausbildung gemacht haben und danach leider nicht erfolgreich handeln können. Und das ist, denke ich, mal ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil es gibt einfach sehr, sehr viele Leute, die da enttäuscht sind in dem Bereich und jetzt haben wir zum Beispiel auch, und darauf möchte ich gleich eingehen, eine Nachricht bekommen, die ich möchte Ihnen gleich zeigen und nochmal ganz kurz kommentieren, aber nicht ausführlich, wo wir auch persönlich oder ich halt auch angegriffen wurde und wo halt einfach gesagt wurde, dass die Systeme nicht gut sind und ich finde es sehr, sehr schade, beziehungsweise möchte halt einfach nochmal generell sagen, was ich von diesem ganzen Thema halte und vielleicht auch nochmal dir einen Hinweis geben. Also generell, diese ganze Trading-Branche, das ganze Thema wird über das Marketing von Unternehmen, die Kurse verkaufen wollen oder Broker oder ähnliches, wird es einfacher dargestellt, als es ist und auch Kurse, Trading-Kurse oder so, die dann halt über ein, zwei Wochen gehen, können natürlich niemals das Wissen vermitteln oder ja rüberbringen, das du brauchst, um halt wirklich konsequent jeden Monat damit Geld zu verdienen. Und genau das Gleiche gilt meiner Meinung nach auch für Handelssysteme. Auch da wird es keine Handelssysteme geben, mit denen man absolut zuverlässig jeden Monat Geld verdient. Und eigentlich ist es ein bisschen verwunderlich, dass ich dieses Video überhaupt mache, weil für mich war das ehrlich gesagt klar oder ich habe immer gedacht, dass es eigentlich auch jedem Menschen klar sein muss, dass diese Systeme, die jetzt halt wirklich angepriesen werden, dass sie 10.000% im Jahr machen oder so sicher oder dass man nach einer Trading-Ausbildung auf jeden Fall traden kann. Ich habe für mich so ein bisschen angenommen, dass die meisten Leute das durchschauen können einfach oder dass man das halt nicht glaubt und nicht für bare Münze nimmt, wurde aber tatsächlich eines Besseren belehrt. Also viele Leute glauben dem allzu sehr und verlassen sich dann wirklich darauf, dass sie nach der Trading-Ausbildung davon leben können oder dass sie halt wirklich durch ein Handelssystem oder so halt zuverlässige Gewinne erzielen können. Das gibt es meiner Meinung nach nicht und wir versuchen immer deswegen das sehr, sehr offen und ehrlich zu kommunizieren. Deswegen mache ich auch dieses Video und deswegen ist es für mich auch tatsächlich so ein wichtiges Video, weil ich vor allem in letzter Zeit oft darauf angesprochen wurde und da einfach nochmal ein bisschen vielleicht die Leute, die Sensibilität dafür nochmal ein bisschen schaffen möchte, dass man das vielleicht einfach nochmal ein bisschen kritischer hinterfragt. Und dafür sollte dieser Kanal eigentlich am Anfang auch stehen irgendwann, dass man halt wirklich alles hinterfragt, was man gesagt bekommt und man sollte halt zum einen immer die Leute hinterfragen, die das erzählen, ob das jetzt Coaches sind oder so. Ich reite in letzter Zeit so viel auf Coaches rum, ich will das gar nicht so schlecht sagen, aber man sollte generell einfach sowas alles hinterfragen und auch natürlich die Message oder die Inhalte hinterfragen und es ist halt nicht immer angeraten, einfach Sachen von anderen zu glauben und zu übernehmen, es sei denn, man hat halt wirklich mal einen vernünftigen Beweis, den man aber halt nicht oft geliefert bekommt, dass das Ganze tatsächlich funktioniert und auch dann muss man sich noch die Frage stellen, ob man das überhaupt eins zu eins für sich übernehmen kann oder ob es da vielleicht bei dem oder derjenigen andere Voraussetzungen gibt. Okay, das war jetzt nochmal generell zu dem ganzen Trading-Thema. Ich will jetzt nicht sagen, dass man damit überhaupt kein Geld verdienen kann oder so, aber es ist mir einfach wichtig, wie gesagt, dieses Bewusstsein einfach nochmal zu schärfen, dass es halt tatsächlich nicht so einfach ist und dessen sollte man sich bewusst sein. Da möchte ich auch nicht irgendwie Träume zerstören oder so, aber einfach die Leute warnen, dass sie jetzt nicht in eine falsche Richtung gehen oder so und sich da verzocken und dann im Endeffekt unglücklich werden. Dann möchte ich jetzt nochmal auf eine Sache eingehen, dafür muss ich mal kurz nachschauen und zwar wurde jetzt unter einem Facebook-Post von uns kommentiert. Also wir haben tatsächlich eine Facebook-Seite, die wir nicht wirklich sehr aktiv betreiben. Trotzdem kannst du natürlich gerne auf Facebook gehen und die Seite liken, dann kriegst du da Bescheid, wenn wir was sagen. Aber es soll halt eigentlich um diesen Kommentar gehen. Ich werde den Video einblenden, werde den Namen von dem Kommentator auch unkenntlich machen, auch wenn ich das tatsächlich nicht muss, wenn er es auf Facebook postet. Aber ich will ihm einfach die Möglichkeit geben, den Kommentar vielleicht nachträglich noch runterzunehmen. Ansonsten, wenn du den Namen wissen willst, hier auf Facebook, der steht da ja halt öffentlich. Da wurde halt ein System von uns, von einem Kunden gekauft und der war halt im Endeffekt unglücklich, weil er mit der Performance nicht zufrieden war. Ich weiß nicht genau, wie er die jetzt getrackt hat. Live definitiv nicht, weil das dafür zu kurz war. Der Zeitraum hat die wahrscheinlich im Backtest getestet und meinte dann, dass es nicht transparent war. Oder, also ich habe die E-Mail dann jetzt im Video auch eingeblendet, dann wirst du sie gesehen haben. Und dazu möchte ich einfach nochmal sagen, ich versuche halt einfach bestmöglich, auf diesem Kanal halt offen und ehrlich die Sachen zu kommunizieren. Ich sage tatsächlich jedem, der mich fragt, ob die Systeme stabile Rendite erwirtschaften, dass ich das nicht garantieren kann und nicht garantieren will. Habe auch letztens wieder mit jemandem am Telefon gesprochen, der mich halt gefragt hat, ob er dieses System kaufen soll, ob er monatliche Gewinne erzielt. Und ich habe ihm ganz klar gesagt, nein, dann war das Gespräch nach drei Minuten vorbei und er hat es nicht gekauft. Aber sowas macht mich dann glücklicher, als Leute, die im Nachhinein kommen und sagen, die Performance stimmt nicht oder so. Auch wenn ich nicht genau weiß, was sie sich davon erhoffen. Und generell dann nochmal zu diesem Kommentar. Ich lese mir den gerade auf dem Handy durch. Also, da wurde halt gesagt, wie gesagt, dass die Performance nicht nachvollziehbar ist und generell auch, ich will das jetzt nicht im Kleinen besprechen, aber wir versuchen es halt bestmöglich zu machen über MyFX-Book und über diese Besprechung zum Beispiel, die ich von dem Livestream mache. Das heißt, es sollte eigentlich die großmögliche Transparenz da irgendwo gegeben sein. Wenn ich das noch irgendwie verbessern kann oder so, bin ich da auch gerne offen für irgendwelche Hinweise. Und dann wurde aber tatsächlich auch gesagt, dass das halt zum Beispiel nur Verluste generiert. Und ich habe mir im Vorfeld zu diesem Video überlegt, ob ich das nochmal widerlegen will und so. Habe mir da tatsächlich auch schon den Trade-Buddy aufbereitet und so die ganzen Trades reingezogen. Und in der Selektion sieht man halt ganz klar, dass es halt in dem letzten Zeitraum definitiv Gewinn gemacht hat. Aber will ich auch gar nicht machen, weil man sich da oder ich mich da eigentlich nicht rechtfertigen will. Generell einfach nur dieses Thema nochmal ansprechen wollte hier. Und was ich halt sehr schade fand, dass dann im letzten Satz von ihm, als wir es im Kommentar gesehen haben, halt gesagt wird, dass ich halt auf YouTube immer so tue, als ob ich das ehrlich meine und so und halt auch guter Trader bin und so. Und dazu nochmal, also ehrlich, klar, das ist mir tatsächlich auch wichtig, dass das in der Öffentlichkeit auch erhalten bleibt, weil ich der Meinung bin, dass ich das tatsächlich sehr offen und ehrlich kommuniziere. Und ich würde auch gerne vielleicht nochmal den E-Mail-Verlauf von diesem Kunden dort angeben. Aber das darf man leider nicht, wegen dem Datenschutz. Ah genau, dann nochmal eine Sache, wo er da gesagt hat, dass ich auf YouTube so tue, als ob ich da profitable Trader bin. Das tue ich tatsächlich nicht. Aber falls das jetzt immer noch bei dem einen oder anderen so rüberkommt. Also generell nochmal, was wir machen, wir machen ja diesen automatisierten Handeln mit den Handelssystemen. Und dabei ist es einfach so, dass man die Systeme logischerweise in der Vergangenheit backtestet und dann versucht, dieses Ergebnis in der Zukunft wieder weiterzuführen oder einfach darauf setzt, dass die Backtesters in einer Näherungsweise wiedergeben, was in der Zukunft passiert. Und das ist im Prinzip einfach das, was wir machen. Deswegen versuche ich halt auch immer, das nicht so darzustellen, als ob man jetzt hier der Profitrader ist oder die monatlichen Gewinne erzielt, sondern einfach, ja, wir wollen es einfach zeigen, wie das halt mit dem systematischen automatisierten Handel läuft, wie das vonstatten geht. Und ja, das versuchen wir halt einfach zu machen. Aber es geht jetzt nicht darum, zu zeigen, dass wir halt jeden Monat so und so viel aus dem Markt ziehen oder so. Das können wir halt leider schwer garantieren. Von daher versuchen wir das auch gar nicht irgendwie zu propagieren, sondern sehen uns halt eher in der Schiene, dass wir da einfach auf den automatisierten Handel aufmerksam machen, die Vorteile darstellen und den halt zeigen. Und dann, ja, klar, also wenn wir das System ins Laufen schicken oder auch diesen Livestream und so, klar, versuchen wir da jetzt keinen Schrott zum Laufen zu bringen oder so. Logischerweise auch unser Geld irgendwo handelt. Aber wir können jetzt nicht garantieren, dass es in Zukunft gut läuft. Von daher stellen wir uns halt auch nicht so dar. Und genau, an der Stelle nochmal kurz dazu. Genau, dann, also in diesem Kommentar, du kannst dir den auf Facebook nochmal angucken, wurden halt noch ein, zwei andere Sachen angesprochen, die will ich jetzt hier nicht durchgehen. Die sind halt teilweise auch, ich will jetzt nicht lächerlich sagen, aber einfach, wenn man es vernünftig hinterfragt und so macht es halt einfach keinen Sinn. Deswegen möchte ich sie nicht ansprechen. Wie gesagt, es soll auch kein Rechtfertigungsding werden oder so, sondern eher nochmal, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass das Ganze nicht alles so traummäßig ist, wie das oft dargestellt wird. Ganz zum Schluss will ich jetzt nochmal eine E-Mail einblenden, die nur von mir gekommen ist, also die ich geschrieben habe, damit du, wenn du das Video siehst, falls du dich jetzt einfach wegen diesem Kommentar oder so, falls du dir einfach Fragen stellst, falls du dir Gedanken machst, ja, mit wem du es hier zu tun hast und so. Ich will einfach nochmal eine E-Mail von mir anhängen und die unkommentiert lassen. Damit werde ich auch das Video beenden. Ich würde mich ganz besonders freuen, wenn du deine Meinung in die Kommentare schreibst, also vor allem halt zu dem Thema, wie du das siehst mit den Trading Coaches und so. Also ich bin bisher halt immer hergegangen und habe gesagt, die Leute können ja erstmal alles anbieten im Endeffekt, weil jeder muss ja selber überlegen, ob er es kaufen möchte und so. Ich habe aber auch, ehrlich gesagt, immer so den Gedankengang gehabt, dass viele Leute das ein bisschen kritischer hinterfragen, als sie scheinbar tun. Also schreib mir bitte deine Kommentare, am besten unten in dieses Kommentarfeld bei YouTube, wie du das liest oder siehst du es so, dass die Leute eher noch ein bisschen mehr ethische, soziale Verantwortung haben, wenn die Trading Seminare oder Coachings oder so anbieten. Also generell, wie siehst du das? Wie ist deine Meinung dazu? Sollte man solche Sachen einfach glauben? Sollte man das hinterfragen? Das würde mich freuen. Und ja, ich hoffe, dass das Video halt viele Leute ansehen. Du kannst es auch gerne teilen, damit es mehr Leute erreicht, weil es halt einfach, denke ich mal, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und ich da eigentlich nur darauf aufmerksam machen wollte. Okay, alles klar. Wenn du das Video bis zum Ende angeschaut hast, dann bedanke ich mich bei dir. Wie gesagt, teile es gerne, wenn du jemanden kennst, der das vielleicht interessiert, der das vielleicht sehen sollte. Ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Anschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Dann kommen auch wieder normale Videos. Das hier war jetzt ein Video ein bisschen außer der Reihe, was ich jetzt in die anderen Videos so zwischengeschoben habe, weil das jetzt einfach gerade aktuell und wichtig war. Alles klar, danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.